Und ich überlege gerade, ob ich die Kamera einfach irgendwo hinstelle, oder wie wir das machen, damit man da was drauf hat. Alter Digga, alter Fett, alter Krass, guck dir das an. Da fliegt mir doch glatt noch ein Marienkäfer an die Hand. Was macht man jetzt damit? Weg ist er. Nein, wir wollen ihn natürlich nicht essen, wir legen ihn jetzt mal säuberlich dahin. Alter Digga, was ist los? Ich glaube, der bewegt sich gerade, wie ich, auf der Toilette heute früh, warte mal. So, alles mit gut, Bruder. Ich tu das einfach mal hier hin. Das ist doch ein schönes Bild, da seht ihr jetzt in Isbo. Ich muss mal mein Team noch einstellen. Ich denke, das einfach mal ein Fußballerbenarten. Da war ich 홈'Roh. Ich danke dir, bin ich mal k•m. Ihr der Windradier-Roh drübi а-Roh. Das ist doch mal Quadriere. Wenn du DO blessingst, dass es mir da. Da geht's Jamie hier disappointed. Und dann kannst du dir das zu Sigma Eso schипen.